Channel Breakdance einer, komm, tanz, tanz, Junge! Tanz! So, Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel beim Mangu. Heute ist der Niklas mit am Start. Und der Niklas ist mit am Start. Richtig Bock, wir wollen heute ein paar Fotos machen gehen. Wird also richtig geil. Ansonsten, heute ist der 5. Dezember. Mitten im Winter gehen wir eine Runde fahren. Aber das Wetter ist einfach viel zu geil. Gönnt euch diesen Himmel, Leute. Porno. So geil. Karl habe ich jetzt wieder aus der Wohnung rausgeholt. Junge ist direkt angesprungen. Und ich habe so Bock, Alter. Junge, let's go! Weißt du, wie er auf der GSXL heißt? Ich habe keinen Schimmer, Alter. Kacke, Alter. Ich frage ihn einfach nochmal. Wie war nochmal dein Name? Jona. 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 Ich frage dich gleich nochmal. 89 Grad erreicht, Digga. Aber das ist gut. Meine Kaffe ist ist warm. Jaaaa. Geil Mann! Heute eine kleine Ausfahrt. Mit dem kleinen B**che. Nice! Niklas geht hier rechts steil. Was weiß denn, 쿠! Junge, die ist auch richtig laut, Junge. Aber wir beide kickt einfach direkt hinter die Wheelies, Alter. Ja, aber es ist halt schlecht geworden. Ich bin jetzt fast zwei Monate oder so nicht mehr gefahren. Die ganze Zeit nur Arbeit. Da ist das schon und verlernt das schon schnell, muss ich sagen, wenn man das nicht übt so. Die Maschine sieht so geil aus, Alter. So sick, Junge. Das Heck ist auch echt sexy, Alter. So ist das wirklich nice. Wie die Alpha Power so easy hochgeht. Ja, das ist so unfair, Mann. Die ist brutal, Alter. Die gibst du Gas und ich drehe nur durch, Alter. Du brauchst dringend andere Reifen, Alter. Geht ja gar nicht klar. Ja, ist halt true, Alter. Aber ich sag ja, dafür können wir auf jeden Fall ein paar Burnouts gleich schneiden. Mach mal nochmal, mach nochmal. Mal sehen hier. Boah, Junge, die dreht ja komplett durch. Ja, der hat null Grip, null. Was für Grip. Gar kein Grip. Überhaupt kein Grip. Krass, Alter. Weißt du? Ah, ey, da ging doch was. Ja, das kommt auf Gewicht an. Wenn ich es mit Gewicht nach hinten tue, dann ist es easy. So brutal. Die ist halt echt Leistung pur, ne? Ja. Ja. Das ist halt schon brutal. Und dann musst du dir vorstellen, dann gibt es ja noch die 12,90. Ja, ich weiß. Was machst du damit, Alter? Das ist ja geisteskrank. Ich hab halt echt das Gefühl verloren, muss ich sagen. Für Wheelie. Wow. Vierzylinder, Digger. Ich weiß nur, als ich die CB600 hatte. Vierzylinder. Auch geil, eigentlich. Das war so geil, Junge. Ja, bockt auch richtig. Good old times, Alter. Hab ich letzten Kumpel von mir aus meiner Klasse hier. Der Christoph, der dich auch so feiert. Der will sich die auch holen. Die CB600? Ja, ja. Ah, nice. Loll, geil, Mann. Die ist auch geil. Vor allem günstig und ich glaube echt ein Langläufer so, ne? Ja, auf jeden Fall. Als Motorrad halt echt, glaube ich, ein zuverlässiges Motorrad einfach. Und macht halt auch Spaß so. 600 Kubik halt, ne? Und du kannst halt mit Wheelies poppen. Ja. Hab ich ja hingekriegt. Ich weiß. Und dann voll auf die Eier bekommen. Ja, wegen Tank, Junge. Ja, ja. Das kennen die SMC-Fahrer gar nicht. Tank? Was? Ja, der ist hier auch so schön flach, deswegen kriegst du ihn nicht auf die Eier geschlagen. Ist eigentlich ganz korrekt immer. Ja, bei mir, Junge, direkt tot, Alter. Ja, Mann. Bei Niklas aber auch. Ja, Mann. Ist echt so, ne? Da musst du dich einfach mit dem Bein einfach schön einklemmen. Ja, du musst halt so richtig... Ja. Aber das Problem ist, du willst ja eigentlich weiter nach hinten. Für mehr Druck auf Hinterreifen. Das heißt, du gehst so rein. Ja, stimmt. Und dann klatsch. Ja, ja, ja. Und wenn du dann runterkommst, boom, Digga. Schön in den Tank rein, Alter. Ja, Junge. Geil, ey. Junge. Was ist das, Alter? Einfach instant hoch die Überschede. Junge, das ist so heftig. Das ist echt krass, Mann. Wirklich. Der geht halt wirklich nur ins Glas. Und zack ist die oben. Ist so geil. Und bei meiner, Digga, ne? Guck mal jetzt, achte mal drauf, ne? Ja. Wie kommt so ein Nini? Deine zieht halt nach vorne. Aber hast du ESP und so aus? Ja, ja. Hat die Wheelie-Control eigentlich? Ist alles aus. Ja, krass, Alter. Deine zieht halt brutal nach vorne und die hat noch einfach zu viel Gewicht vorne. Ja, ich weiß. Die ist ja relativ frontlastig, glaube ich. Ja, meine ja sowieso, Alter. Ja, deswegen. Aber okay, die Location, wo wir hinfahren sind, ist auch korrekt. Die ist ganz geil. Ja, ja, ist cool. Da habe ich das erste Video mit David gedreht. Achso, lol. Ja. Da hat er ganz neu seine Husqvarna, seine allererste. Ja, die FE. Die haben wir auch im Winter gedreht und da hat es übertrieben geschneit. Ja. Boah. Nice, Alter. Geil. Oh, der ist hinterher, Digga. Geil, Mann. Ja, ganz richtig, Alter. Boah, den hörst du doch, ne? Ja, gut. Den hörst du ja doch, an der richtigen Ass. Ja. Da ist aber jetzt vier Zylinder-Power am Start, ne? Ja, normal, Digga. Ja, schön hochdreht, ballern. Ja. Boah, ich bin mir aber schon frisch, du, Alter. Ja. Aber ohne Witz, dein Helm passt doch übel gut, Alter. Ja, zum Bike ist geil, ne? Ja, mega. Ich führ's ja, Junge. Keine Töme, Mann. Richtig geil. Der setzt sich einfach auf die Fenster ran. Ja, Mann, Alter. Der ist ein Fotograf mit Leidenschaft, Alter. Stille. Hä, lol. Er dreht. Ah. Er fuckt. Ne, ja. Keine Ahnung, Digga. Maximal verwirrt. Wo lang ist es? Ich weiß es nicht! Boah, Junge, Alter, der war mal wackelig. Am Ende, ne? Ja. Naja, ich komm jetzt zurück. Ja, fahr mal lang, Alter. Ich weiß es nicht. Ich komm wieder. Geil, Junge, das sieht doch aus dem Tank, Alter. Richtig geil, Junge. Nice, Digga. G-Type. Oh, lol. Das sieht immer komplett abgespaced aus. Kein Zutritt. Oh. Aber Digga, du siehst ja die ganze Zeit, dass ich unruhige Hände habe. Und die dann im Endeffekt immer ein bisschen verschwommen sind. Überblick, jetzt. Du kannst ja auch den Schatten einfach hochdrehen. Der Niklas hat das eben nochmal eingestellt. Ich hab keine Ahnung. Niklas, das ist ein Kack-Nope, Alter. Oh, lol. Hey, es geht, Brudi. Ja, geil, Leute. Jetzt machen wir ein paar Fotos hier. Also schalte ich euch mal ab. Adieu. Übel geiler Tag. Es ist richtig geil an, heute so richtig produktiv gewesen zu sein und Digga einfach was zu machen. Du geil. So, Leute. Wir beenden damit den Tag. Es war richtig geil. Gönnt euch diesen Sonnenuntergang. Mega nice. Übel geile Bilder geballert. Sehr sexy. Leute. Ja, man. Digga, du glaubst, wie riecht aus, Alter. Hat übel geil gemacht. Bilder sieht auf Instagram. Ich verlinke auf alle hier. Geil, geil, geil. Wollen wir euch sagen, siehst du beim nächsten Mal. Kleinen Breakdance, Alter. Komm, tanz! Tanz, Junge! Tanz! Woohoo! Woohoo! Woohoo!